Deutscher Meister 2015, wir sind... Tatsch! Tatsch ist eine kontaktfreie Wackbi-Sportart, die sehr dynamisch und strategisch ist und wo Frauen und Männer gemeinsam zusammen spielen können. Bei uns spielen Leute aus über 10 Nationen und allen Altersgruppen. Wir stehen für Fairness und Multikulti und der soziale Aspekt ist uns sehr wichtig. Wir wollen der maximale Erfolg einfahren, aber trotzdem dabei Spaß haben. Wir sind im Jahr 2015 zum vierten Mal insgesamt Deutscher Meister geworden. Außerdem waren wir bei sehr vielen internationalen Turnieren sehr erfolgreich. Tatsch ist eine Sportart, bei der du deine Geschicklichkeit, Fitness und Kommunikationsfähigkeit üben kannst. Und wenn du Lust hast, das mal auszuprobieren, dann komm gerne vorbei. Wir stehen für Offenheit, Gemeinschaft und Fairplay. Und dieses Motto Team tust recht. Wir sind das beste Team in Deutschland. Also... Mit uns! Der Amateur-Sportpreis 2016 stimmen Sie jetzt online ab und wählen Sie Ihren Favoriten unter www.night-off-sports.berlin. Erscheinen Sie zur festlichen Preisverleihung am 12. März 2016 im Rahmen der Night of Sports. Der Amateur-Sportpreis 2016. 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 Der Amateur-Sportpreis 2016.